Ja, Freunde, eine frohe Weihnachtszeit wünschen wir euch bei PAMDES TV und vom PAMDES TV. Aber dieses Jahr bleiben die Geschenke hier liegen. Jawohl, denn ihr könnt bei uns in den Shop reingehen und was bestellen. Ja, egal ob Freunde oder Kunden oder mit dem PAMDES TV. So, in diesem Sinne ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein frohes neues Jahr! Gott säftig, so ein Thanos. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!